So, jetzt bin ich damit eingestiegen. Warum hatten wir keine, weil ich es eilig hatte. Danke für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team. Willkommen in der Community. Weil ich es eilig hatte. Tino geht es aber gut. Und so, ja, nee, dann machen wir diese noch und noch, 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 noch eine Folge. Zwei Stück für heute. Wenn wir Lust haben. Bis Zeit ist. In der Workbench sind deine neuen Dingens. Wenn du Lust hast, kannst du deine alten dazutun. Dann rührst du dich komplett auf. Oder du sie, wir würden sie einschmelzen. Das ist auch okay. Ja, schmelzen wir ein. Gut, schmelzen wir ein. Ich pack die mal in die Schmiede hier. Firehacks. Ah, schön grün. Toll. Super. Fühlt sich gleich viel besser an. Ich geh mal raus und versuch, Holz zu besorgen. Obwohl jetzt nachts vielleicht auch blöd, ne, oder? Wo kriegen wir hier überhaupt sinnvoll Holz? Ja, im Schnee, ne? Könnte ich auch mal Holz besorgen, ne, oder? Was ist eigentlich mit Dino, mit Santa? Haben wir gar keine Zeit zu, ne, nach Santa zu kommen? Ne, im Moment nicht. Wir haben auch noch nicht die Ausrüstung, um für ihn was zu gucken. Ne, das stimmt allerdings auch. Ich sorg mal für ein paar Federn. Ach, Jutta, da wimmst. Mach mal wieder was Dummes. Wir brauchen Clips, ey. Sehr witzig. Hallo? Das ist mach mal wieder was Dummes. Wir brauchen Clips. Ich hab's ja hier nicht, ey. Ich will gar nicht wissen, was Asraq daneben anmacht. Du sagst Fleisch, ne? Fleisch und Federn vor allen Dingen. Ja. So, Drink. Wir haben wieder Fettfedern. Was? Wie sitzen jetzt mit meinem Zen Master aus? Was hab ich denn, äh, nee, wie heißt das? Zen Master 2 von 7. Kann ich noch keins. Stress, Resistance, ähm, ah, dreiviertel voll. Immerhin, auf Level 2. Ist nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Aber wenn du stirbst, ist ja Stress trotzdem da, ne? Das stresst. Das stresst, ja. So, meine Whip, die könnte ich eigentlich mal reparieren. Die repariere ich mit Holz, die Whip. Okay. Mhm. Oh, jetzt ist sie nur nach Level 4. Baus sie lieber neu. Baus sie lieber neu. Ja, ich wollte sagen, die ist... Dann hast du einen höheren Level. Die ist jetzt nur nach Level 4. Ach, dann brauch ich Leder. Mhm. Wo ist eigentlich unser ganzes Leder? Ach, da. Ich hab nichts gesagt. Soll ich die auch eine neue bauen, oder, äh, ich baue mal zwei. Was, Leder? Nee, Whips. Ach so, hm. Ich baue uns mal zwei Stück. Ich könnte eigentlich noch mal ein paar Knochen einschmelzen hier. Für, ähm... Blue, das mache ich aber nebenan in der Schienestation dann. Bottled Murky Water. Oh Gott, ich hab doch hier Bläser hergestellt. Wie blöd. Wo sind die denn? Hast du die alle schon verbraucht, die Bläser? Ich hab, äh... Ich weiß jetzt gar nicht. Kann auch sein, dass, äh, im Campfire... Nee, da sind 37. Okay, passt. Wo ist denn der Schnee? Ist der nicht mehr im Campfire? Äh, in der Kiste vom Essen. Okay, aber Schnee wird ja nicht schlecht. Nee, nee, nee. Nur wegen Essen, dass das alles dann da dabei ist. So, Bottled Murky Water mache ich mal. Und dann falze ich die mal hier. So, fertig. Ähm, passt. So, eine Whip. Ich könnte eigentlich mal ein paar mehr herstellen und damit leveln, ne? Weil die werden jedes Mal besser, die Whips, ne? Ja, 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 klar. Kannst du machen. Mach ich mal eben. Du, äh... Äh, die Suche nach dem AKW. Äh, äh, erst mal hier die Bude sichern. Das ist viel wichtiger. Außerdem haben wir hier vorne unseren Kochbereich verloren, sehe ich gerade. Ja. Was war das? Das war, äh, Kitchen. Ja, und die Mixer und alles, ne? Ja. Weil die Bieben ist ein R-A-Dich. Ja. Was wollte ich? Achso, Bottled Water. Gut, dann gehe ich danach mal rüber. Ah, ja. Und... Den holen wir uns jetzt erstmal zurück. Gar nicht mehr genug. Oh, nimm mal die. Dann passt das. So, 131 Potassium hätten wir da. Okay. Ähm. Oh, da fehlt ein Woodframe hier mittendrin. Das ist gefährlich. Oh, ist ein Scheißwetter, ist das aber auch, du, ey. Unglaublich. Was machst du denn da? Da, wo unsere Kisten draufstehen, mache ich jetzt Betonböden. Ach, du bist unter mir. Unten, ja. Unten am Haus. Ähm, ja. Einen weiter noch. Und noch einen weiter. Genau. Danke. Bis dahin. Und, äh, das reicht. Und warte mal. Und jetzt geh mal nach, ähm, nach Westen. Also, bieg mal ab. Nee, komm mal, komm mal wieder eins zurück und bieg mal ab. Nee, wo bist du denn? Mir fehlt, mir fehlt Beton. Wo, wo bist du denn? Ich komm wieder hoch. Nee, nee, hier, du solltest hier abbiegen sollen. Du hast irgendwo noch was aufgewählt, was ich nicht sehen kann. Ja, ja, äh, unten. Die, die Stützpfeiler. Ach so, okay. Die müssen ja auch halten. Also, wenn du, wenn du hier abbiegst und gehst da links, dann sicherst du dir unsere, was ist denn das hier? Ach, die Kitschen, okay. Den Ofen auch noch ab. Den Ofen auch noch ab. Einmal, einmal, äh, einmal auslassen und dann alles klar. Okay. Weißt, weißt du? Okay. Äh, ja, ja, alles klar. Ich, ich rufe gleich. Aber warte mal, ich kann ja das mal eben, äh, warte mal hier. Stopp, nein, da nicht. Warte, guck, guck mal an die Decke. Ich werte jetzt mal einen Holzblock auf, ne? Da. Ja. Nicht den, sondern die zwei links daneben. Das, da ist der Ofen, genau. Und jetzt noch zwei, genau, den ein und noch einen. Und noch einen, ja? Einen noch, ja, ja. Ja, genau den. Bis dahin, das reicht. Super, funktioniert auch. So, was haben wir denn hier? Bottled Murphy Water, 27. Ah, wenn der Nachbar nachts wieder kloppen muss. Ja, das ist gut, dass wir keine Nachbarn hier haben. Ja. So. Einen Crossbow könnten wir mittlerweile auch erstellen. Ich habe es ja gelernt, ne? Leute, ich komme direkt aus der Arbeit an den... Stream, ich habe... Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Stunden ich überhaupt schon wach bin. Also Asak kommt wirklich direkt von der Arbeit, der ist... Ja, ich wollte jetzt, dass ich danach noch Solo da hier auf... Ach, Leute. Der ist um 35 ins Teamspeak gekommen, hechelnd irgendwie so. Und um 18 Uhr haben wir schon angefangen. Der hat wahrscheinlich nicht mal eine Scheiße Brot gegessen oder sowas. Nö, habe ich nicht. Ich habe nichts gegessen. Essen wird überbewertet hier. Dream ist alles. Wollen wir... Ja. Wollen wir den Eingang verlegen auf hier drüben? Wollen wir hier sozusagen hier eine Tür machen? Hier rüber? Ja. Ja? Okay, dann mache ich eine Rampe. Oder machst du eine Rampe? Dann schlage ich hier oben schon mal weg. Dann kann man da drüben, wo unsere Kisten sind, zumachen. Weißt du, dann spritzt da nichts mehr hin. Da spuckt da keiner mehr. Ja, das ist eine gute Idee. Das hat nämlich uns eventuell was gekostet mit der Küche. 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 So mal, wollen wir wirklich eine Rampe? Oder wollen wir nicht einfach Stumpfleitern mal nehmen oder sowas? Nee, nee. Ich mag das, wenn wir so eine... Wir müssen ja auf dieses Niveau hier kommen. Einfach hier, wo ich stehe, eine Rampe machen und gut. Ich brauche Holz. Wieso ist denn da ein Frame weg? Ich habe den weggehackt, damit wegen Rampe irgendwie. Ach so, wolltest du nicht. Ah, okay. Na gut. Wir müssen ja hoch. Die Tür ist ja sozusagen da, wo die zwei Dinger. Ja, okay. Gut, habe ich nicht mitgedacht. Hast du recht. Ist kein Problem. Ich fahre mal los und versuche uns Holz zu besorgen. Alles klar. Warte. Uh, hier. Ich gebe dir noch was. Nimm mal. Ah, tausend Dank. Oh ja, das ist ein Stückchen besser. Das ist gut. Ja, ich habe auch zehn hergestellt. Das ist gut. So. Wo sollen die... Dann baue ich hier drüben wieder die Küche hin. Wo, da wo sie kaputt war. Ja. Das wäre gut. So. Ich gehe noch mal eben kurz nach nebenan und schmeiße mal eben Glue an. Und dann besorge ich Holz. Mhm. Da fahre ich dann irgendwie mal weiter weg oder so. Äh, einfach da in der... Die Bäume in der Nähe abholzen und fertig. Die haben ja keine mehr in der Nähe. Da hinten sind ja schon irgendwie alle weg. Ja, die in Reichweite ist mit dem Moped, wo du halt mal so auf die Schnelle hinkommst. Ja, ja, genau. Ja, ja. Mit Moped wollte ich auch. So Glue. Okay. Oh, das bringt ja gar nichts. Oh. Oh, ein bisschen lang irgendwie. Das witzige ist, ich habe mir gedacht, oh wunderbar, mit Welt zusammen. Da kann einer sich ein bisschen ums Haus kümmern und der andere, jetzt sind wir beide hier mit dem Hausbau so eingesaugt, so... Denkst du, ne? Ja. Das ist halt so, ja. Aber zu zweit sind wir jetzt trotzdem weitergekommen und schneller vorangekommen und haben es wieder hingekriegt, dass das Ding wieder halbwegs sicher ist. Es ist einfach so, dass es kostet... Ja, und wann kommt die nächste? Warte mal, in drei Tagen, ne? Nee, oder? Echt jetzt? Ja. Das darf ja nicht wahr sein, die machen uns alles wieder nieder. Die nächste kommt in drei Tagen, das ist das Problem irgendwie so ein bisschen. Ich habe kein Holz mehr. Ja, ich auch nicht, deshalb fahre ich ja los. Ich fahre in Schneebie um wahrscheinlich. Also irgendwo... Ja, ich fahre in Schneebie um. Ich muss... Erstmal muss es auf, wenn es so regnen hier, ey. Danke für das Abo! Zimtstern! Dankeschön! Das ist toll! Vielen, vielen lieben Dank! Das hilft! Dankeschön! Äh, so... Das sieht alles gut so aus. Ich wollte... Können wir nachher noch ausbessern. So, okay. So, diese Hauswand, genau. Und zwar... Ich komme da nicht zu den Gedichten heute. Sorry. Bis einschließlich hier zu... Ein rüber. Holt euch noch zwei Arbeitssklaven dazu. Sklaven, die nicht reden, nur wie viele ausfliegen. Kein Holz. Gibt's auch los, Holzholz? Ja, ich brauche Holz. Ich kriege den Satz nicht raus. Du weißt, was du meinst. Ja, ja. Ich muss nur schnell oben im Garten gucken. Ihr müsst ja alles doppelt und dreifach... Ich muss mich nachher durchlesen. Santa zählen wir schön, aber wie gesagt Santa ist er gar nicht, der muss nicht gezähnt werden, der muss vier Wellen verteidigt werden, aber wir haben momentan nicht die Ausrüstung dafür, wir haben nicht die Kapazität dafür können wir uns nicht erlauben gerade können wir uns leider nicht erlauben hatten wir ja gesagt, aber das war vor der Horde, weißt du das ist so eine Sache halt ich sag mal so, mit einem Game Stage von 1500 wäre es auch gut gewesen und vielleicht, dann hätten wir jetzt etwas weniger Probleme also wir kommen ja über die Runden aber wir können auch keine großen Sprünge machen ja im Moment sind wir angestrengt ja das ist richtig Arbeit dafür läuft jetzt unsere Farm an das kann man so sagen, das läuft gut aber wir brauchen halt Holz, das fehlt so am nötigsten ach da kann man eigentlich doch das Ding nehmen warum kann ich erst denn das Minibike jetzt hin ach da steht es, okay alles klar ja dann ich kloppe jetzt einfach mal alles weg was in der Nähe rum steht fertig ich muss nur auf den Puma achten hier ist irgendwo ein schwarzer Puma gewesen ich würde auch gerne den Baumsturm fluten aber Penkeler möchte ich da jetzt auch nicht für ausgeben ich glaube ich versuche mein Glück gleich einfach mal na komm so ich verlegen mal Autos weil wir ja auch den Sprit brauchen ja ja und vielleicht noch weitere Motoren oder so aber Sprit schon schon ist das Geschütz relativ krass wie das Geschütz na wenns sieht er durch die Tannen aber auch nix ne wo ist denn jetzt der Puma oh ich bin erschreckt die Spacken ey ah Reno wer war ja richtig sauer auf mich was weißt du was da würde ich ganz gerne mal eben runter gehen gleich ich habe ja noch so ein Erdloch entdeckt mit versteckter Basis unten da gehe ich glaube ich gleich mal runter ja unbedingt klar warum nicht logisch also ich habe noch mal Quartz Island angesetzt weil wir ja viel zu wenig haben ähm weiß nicht ob wir das jetzt hinkriegen noch ähm zumindest haben wir Strom und könnten ihn in Betrieb nehmen das würde mich schon mal so ein bisschen jucken hm den was den Turm oder was den Antennenturm ich habe es akustisch eben nicht so richtig der Antennenturm der wäre natürlich toll ja unbedingt also da würde ich auch echt großen Wert drauf legen also ich weiß nicht vielleicht erwarte ich ja mehr als er dann bringt irgendwie so aber ich glaube dass wir eine gute Sache auch anders machen würden mhm das Problem ist ich komme ohne Wood Frames hier gar nicht hoch äh Wood Frames ja es fehlt an alle Wood Frames und hast du nicht gesehen gedöhnt ich mache erst mal 100 Wood Frames die werden ja nicht schlecht ne es ist ja auch Feuerholz weißt du das verbraucht sich ja auch sofort wieder ich muss mich hier mit Wood Frames gleich mal eben runter bauen sonst komme ich gar nicht zu dieser unterirdischen äh was denn das da da kommt es aber auch doof runter hier ne na runter geht gut aber jetzt kommt hier nicht ne Wanderhorde genau entlang wo ich gerade nach unten will ne echt ist das so ach ja scheiße weißt du ich will gerade gut dass ich sie jetzt noch gesehen habe ne die zieht hier direkt entlang aber ein paar angelockt boah Leute das Problem ist wenn ich nicht direkt den Kopf der Zombies treffe ne ja dann ist schlecht ja und das heißt ich muss nah ran mhm ja 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 und das ist ja etwas oh drei Repair Kids hat die eine gehabt hier okay weißt du was geil ist ich hab ein Basie gefunden das ist gut das ist fantastisch Bro hier geht's richtig ab die Stromprobleme ja wir haben wir haben ja jetzt Strom also das ist ja schon mal ist ja schon mal ein Punkt ne toll jetzt ist der Puma hier unten oder was oh meine Fresse ey der muss weg der Puma kann ich mir so gut vorstellen weißt du da hockt der Puma und sagt sich der muss weg der Spieler ja 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 na komm Na komm. Ach komm. Ich treffe ihn nicht. Wow, shit. Boah, das war glücklich. Puh, meine Güte. So, Foto. Okay, dann brauche ich die nicht mehr. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Okay, ich versuche da mal durchzugehen hier. Mal gucken, was da so für Zombies drin sind. Ich sehe gerade gar keinen. Ist ja interessant. Da kommt mir aber irgendwas nicht ganz geheuer vor. Da muss ja ein Zombie drin sein. Hier sind keine Zombies drin. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Sehe ich irgendwas nicht? Hier ist auch ein Haken dran. Hier muss auch ein Haken dran sein. Wie sich das Ton verändert hat direkt mal. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Schnee? Nein. Was ist denn das? Hier ist kein Zombie drin. Was denn wäre denn das? Na toll. Ach, das ist eine Scheiße. Scheiße hat die da drin. Alles klar. Pass auf. Dann zwei Woodframes vor die Tür und mal aufmachen. Hey, Freunde. Okay, wir haben ja ein Safe gefunden. Safe ist immer gut. Total. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Armee-Stiefel. Klasse. Das ist ein Campfire. Okay. So, machen wir den Safe mal auf. Gucken wir mal, nach was drin ist. Ich habe leider fliegen. Hi, Genie. Was soll das heißen? Hässliche Unterhose. Wir haben übrigens 10 Uhr. Das wäre doch eine Idee, dass wir den Safe dann in der nächsten Folge aufmachen. Ja, unbedingt. Also, dann ist der Safe mit dem Schwert kaputt. Ich würde das Schwert gerne schonen. Bis dann. Tschüss.